Hey, was geht Leute? Ich bin mal wieder am Rüger essen. Oh, wirklich Respekt am Werther. Gar kein anderes Gelaber. Der nächste Zahnnehmer ist ein echt ein Mädchen, der es echt wirklich richtig lieb gemacht hat. Also, schaut mal auf jeden Fall rein. Wir sind deine Antwort, wir sind's für eine Nege. Keine Sorge, du bist danach nicht von uns dort empfährt. Aber wundere dich nicht, du drei Jungs sind, ja. Stelle deine Fragen nach, wer wer dort ist. Also, wirklich zuckersüß, muss ich ganz ehrlich sagen. Respekt. Kommen wir auch gleich zum nächsten Zahnnehmer. Ja, also, muss ich ehrlich sagen, sind die auch cool. Hat auch ein bisschen noch so ein bisschen anderen Flär mit reingebracht. Check das mal. Viele Fragen, die wir haben, keiner kann die Antwort sagen. Will es wissen, find's beschissen, was soll ich nur tun? Alle deine Probleme werden in drei Minuten zerstört. Gib ihnen deine Antwort, die sich für einen Gang gehört. Keine Sorge, du bist danach nicht von uns toll empfährt. Aber wundere dich nicht, die drei Jungs sind, ja. Stelle deine Fragen nach, er wird on, on, on. Das waren auf jeden Fall wieder zwei coole Teilnehmer. Geht auf jeden Fall auf deren Kanäle und guckt da mal rein, checkt die ab. Falls ihr die anderen Teilnehmer noch nicht kennt, einfach hier oben auf das Video klicken. Da geht's zu den letzten Teilnehmern und auf den Videos geht's nochmal zu den letzten Teilnehmern. So, jetzt haben wir ja insgesamt schon sechs Stück gehabt, ja. Also, drei kommen noch. Schaltet in zwei Fragen wieder rein. Stell deine Fragen nach, auf, auf, auf. Schaltet in zwei Fragen nach, auf, auf, auf. Schaltet in zwei Fragen nach, auf, auf, auf. Untertitelung des ZDF, 2020